Manchmal bisschen haut, haut, jetzt hast du schmackelt, haut, jetzt hast du geluchst, haut, jetzt hast du fackelt, haut, jetzt hast du geluchst, 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 haut, jetzt hast du geluch Zehn Liedchen ist euch allen wohl vertraut. Es hat uns, als wir alle wissen, von der Soldaten. Jetzt uns alle zusammen. Meine Damen und Herren, jetzt alle zusammen. Es hat uns, als wir alle wissen, wenn es war. Und wir wissen, als Soldaten. Dankeschön. Meine Damen. Meine Herren. Schauen Sie. Schauen Sie und starren Sie. Woizekken. Bürger, Trinker, Antifa. Premiere war im letzten Jahr. Es war berauschend. Oh, es war toll. Und alle Vorstellungen waren voll. Doch da, oh weh, oh weh. Das Geld, das wurde knapp. Wir spielten nicht mehr. Es reichte nicht einmal für einen Kaffee. Prekäre Verhältnisse, ein über all. Ein Sponsor hilft. Ein anderer springt ab. Das liebe Geld, das liebe Geld, oh, es ist so knapp. Dankeschön. 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 Wir stellen gerne eine Spendenbescheinigung. Propaganda. 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 Propaganda sein. Lüge. Sie können auch. Er kriegt nach Menschenfleisch. Blut überall. Auf Leichenberge. Auf Leichenberge. Berge von Leimann. Verhummerte. Ja? Sie können alles daheim, alles daheim, alles daheim. Wenn man schreie, man nicht menschenfleisch. Lüge. Propaganda. Fülscherlichkeit. Fülscherlichkeit. Jetzt macht man da den Abgang. Jetzt macht nur mal hier den Abgang. Jetzt habt ihr den Abgang. Jetzt habt ihr das ganze Feuer gemacht. Jetzt macht nur mal den Abgang hier, ey. Vertraut nicht gegen den ganzen Leuten. Hör mal jetzt zur Straße. Die Alterheit der Leute. Tarnung. Ja? Tarnung. Trauerhaft. Unschuldig. Ab hier. Musik. Ab. Und so geht's los. Ich singe euch jetzt ein schönes Lied. Ein schönes Lied. Wir sind zugesprochen. Und wir haben alle Kötter. Kraftig mit. Auch sie hat euch geholfen. Das sind auch fünfzehn Liedchen. Ist euch allen wohl vertraut. Und es ist die ganze Zeit. 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 Können wir nicht so? Ja. Ja. Inokont. Toll LISA. Oder? Ja. Ja. Das könnte sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wussten wir doch nicht glauben, wenn wir ja wieder geflogen konnten. Mähde, Mähde, was lade zu, es kommt die Zigeuner-Buh, führt dich an deiner Hand vor den Zigeuner-Hand. Vor den Zigeuner-Hand. Vor den Zigeuner-Hand. Ah, das ist ein bisschen Gold. Ah, Hansa, eins hat nur ein Eckchen in der Welt und so ein Stückchen Spiegeln. Dabei habe ich so einen roten Mund. So einen roten Mund wie all die feinen Damen mit ihren Spiegeln. Von oben bis unten und ihren schönen Herren, die die Hände riefen. Jawohl, ich bin nur ein arm Weißfeld. Spüle uns so laut und immer schreit. Ich hoffe. Das Schlafengelchen. Siehst du, wie es an der Wand läuft, die Augen zu, die Augen zu in der Szene hinein, dass du blind bist. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, man muss sehen. Man muss, man muss, man muss, man muss greifen von mir. Was ist denn? Was hast du denn? Was denn? Was denn? Meine Sünde, du dick und so breit. Es stinkt, dass man die Hängelchen zum Himmel hinaus sauberkommt. Du hast deine rote Mund, Marie. Keine Blase drauf. Adieu. Marie, du bist schön. Du bist schön wie die Sünde. Franz, ich glaube, du rätst nämlich lieber. Ach, Franz. Teufel. Na ja, Franz, was? Weißt du was? Ich glaube, ich mache jetzt Abendessen. Ich muss nachwessen. Ich muss zwei Minuten essen. Toll. Hat man lange nicht. Erbsen. Oder wie wäre es mit Kichererbsen? Und wenn es Kichererbsen gelesen geht raus. Kichererbsen ist ja super. Toll, wie ein Gefühl. Ja, was, was, was. Was? So. So. Weil der Tag lang und die Welt alt ist, da können viele Menschen an einem Blatt stehen. Einer nach dem anderen. Ich bin gesehen. Ja, man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat, nicht blind ist und die Sonn schreit. Mit diesen Augen. Und wenn auch. Was hast du denn? Ich. Von deinem Genenzen. So, Regleins, hast du gefunden? Gefunden. Ich habe so noch nichts gefunden. Zwei. Auf einmal. Ich bin nicht ein Mensch. Deufel. Deufel. Hat er da gestanden? So. So. Ach, die beiden, die Welt alt sind getart. Leise. Können so viel loschen und einen Platsch. Die Einer nach dem anderen. Ich habe ihn gesehen. Man kann nur wie sehen, wenn man zwei Augen hat, nicht blind ist und die Sonne schreit. Mit diesen Augen. Ich bin nicht mehr. Und dann ist das. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nichts? Und dann wäre das. Ja, was ist denn? Ich habe nicht mehr gefunden. Ich habe aber noch nichts gefunden. Ich hab's nicht gefeuert, dass du dich nicht selbst! Mit diesem eigentlichen Stuhl! Hast du noch? Hast du noch nischt, mein Nischt? Nischt? Ah? Oh, du hast ja gefeuert, dein Fingerchen! Oh, ich hab' gefundert. Nur einmal, lass' dich empfunden, ich hab' so'n'n Licht jetzt und Zwer'n mal? Ja, vor'n'n Barsch, ich hab'n'n Punt! Es ist gut, Marie. Bitte haben dich gefühlt. Dass der Bub schläft. Die Brechung des Ärmens drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen immer auf der Stirn. Alles Arbeit unter der Sonne. Sogar Scheiß im Schlaf. Die arme Leute. Alles perfekt. Die Löhne um was von meinem Hauptmann. Ja, jetzt kurz. Ich weiß nicht. Frau Mittelkampf mit Rahe Mark. Du sitzt in der Tat. Du sitzt in der Tat. Wie ist das denn mit einem Handwerk? Ich versteh's. Ich weiß vorteil nicht. Ich weiß, wie du es bist. 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 Ja. Nur ein schlechtes Mensch. Können wir hier stecken? Was? Was weht? Komm, geht doch alle zum Teufel! Mann! Und Weib! Ja, na dann! Musik! Und... Rad an die Kette! Und ab! Ich sing euch jetzt ein schönes Lied. Hört mir zu gesagt. Dann singt ihr alle Kräfte. Das sind auch 15 Liedchen. Ist euch allen wohl vertraut. Es kommt, wie ihr alle wisst. Von der Soldatenbraut. Hau! Jetzt habt ihr schnackt! Hau! Jetzt habt ihr rutscht! Hau! Nichts langgefallen! Drei! 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 Todes! Drei! Tres! Hau! Drei! Hau! Drei! Drei! Äh, Frau Wirtin hatte einen Spieß, den sie nur allzu gerne ließ, denn dieser Hautfeldwirbel, der hatte zwar einen stumpfen Blick, doch einen scharfen Säbel. Einen hab ich noch. Äh, Frau Wirtin hat auch einen Pfarr, der unanierte wie ein Acht und dritte Wichster rollte und schlug noch mit der Bibel zu, wenn's gar nicht kommen wollte. Ja, danke! Und jetzt Party Alarm hier! Und Musik! Und Musik! Und Musik! Und Musik! Und Musik! KULSEN Musik Damit, Herren, am 14. Oktober und 15. Oktober und 21. Oktober und 22. Oktober, da sind wir ganz und gar für Sie da, mit Wolltäcken, Burger, Trinker, Antifa. Dankeschön. Applaus